Ich habe hier so ein FrSky R9 2019 Modul da und mehrere 886MHz Empfänger wie der R9MM oder der neue R9MX Empfänger. Leider ist die Original Firmware von FrSky nicht so gut und man bekommt schon mal ein Failsafe. Also liegen die Teile seit Monaten hier oben. Jetzt gibt es aber ExpressLRS. Eine super gute Long Range Firmware für 2,4GHz aber auch für 886MHz und diese kann man auf den FrSky R9M Modul aufspielen. Hier erreicht man mit ExpressLRS super gute Reichweite von über 30 Kilometer und das nur durch das ändern der Software. ExpressLRS ist so schlank programmiert dass es nur die notwendigsten Daten zum Empfänger sendet. Mein Modul ist das aktuelle FrSky R9M Access Modul. Es gibt noch das alte Modul vom Jahre 2018, welches man auch mit der ExpressLRS Firmware bespielen kann. Aber hier muss man ein 300 Ohm Widerstand zuerst auf die Platine gelötet werden, um höhere Taktrate von 400 Kilobit nutzen zu können. Zuerst sollte auf deiner Funke die aktuelle OpenTX 2.3.14 Firmware drauf sein, die das Aufspielen von LRS Firmware überhaupt erlaubt. Hier bei der FrSky QX7 ist bereits OpenTX 2.3.14 drauf, mit der ich bis 500Hz Taktung ExpressLRS nutzen kann. Zuerst muss ich auf dem R9M Modul eine Bootloader Firmware für ExpressLRS installieren. Auf der ExpressLRS Seite findet man unter Hardware die Infos zu der Anpassung von FrSky R9M Modul mit dem Link zu dem Bootloader. Die Datei lade ich mir auf die SD Karte der QX7 Funke in den Ordner Firmware. Das R9M Modul wird eingesteckt und unter Systemmenu Firmware der Bootloader installiert. Ist der Bootloader drauf, so kann ich jetzt mein Modul einrichten. Hier stelle ich als externen Sender Crossfire ein, weil ExpressLRS über das Crossfire Protokoll funktioniert. Jetzt ertönt ein Signal und die LED am Modul leuchtet. Nun benötige ich die aktuelle ExpressLRS Firmware für meinen R9M Modul. Hierzu lade ich den ExpressLRS Konfigurator. Schalte den ExpressLRS Konfigurator. Wähle die letzte ExpressLRS Firmware hier die 2.0 RC3 aus. Als Ziel Hardware wähle ich den FrSky R9M Modul aus. Die Flashing Methode ist hier der zuvor installierte Bootloader. An der Stelle lade ich das Lua Script über das ich die Einstellungen zu ExpressLRS vornehmen kann. Die Datei kommt auf die SD Karte unter Scripts Tools Ordner. Wähle die Frequenz 868MHz aus. Für das automatische Binden zwischen dem Sender und Empfänger kann ich hier einen Namen verwenden, wie hier Copterheld. NoSync on ARM wird aktiviert. Hierzu muss immer Moto ARM Schalter auf AUX1 also Kanal 5 liegen. Dann auf Build drücken und schon wird die Firmware erzeugt. Die Datei kopiere ich auf die SD Karte unter Firmware. Nun kann ich die Firmware auf das Modul aufspielen. Hier am Modul posiert die LED und nach wenigen Sekunden ist die Firmware drauf. Und ich gehe auf das ExpressLRS Script um die Einstellung vom Modul zu sehen. Hier stelle ich fest, dass bei meiner QX7 Funke nichts passiert. Das liegt an einer falschen Einstellung der QX7. Also gehe ich auf das Systemmenü, Hardware und hier steht eine zu hohe Taktrate. Ist die QX7 nicht für 400KB modifiziert, dann muss man hier auf eine niedrige Taktrate einstellen. Und ich würde immer hier den ADC Filter ausschalten für das Glättern der Knüppelsignale. Das benötigt man nur bei Flugzeugen die mit Servos fliegen. Das Glättern der Knüppelsignale übernimmt hier der Flugkontroller z.B. mit Betaflight. Jetzt funktioniert das R&M Modul und ich kann nun die ExpressLRS Einstellung öffnen. Unter TX Power kann ich hier die Senderleistung einstellen. Diese sollte man hier in der EU auf 25mW belassen und stellte niemals auf über 250mW ohne einen Lüfter einzubauen. Das Modul hat kein Lüfter und würde bei über 250mW sich überhitzen. Als nächstes werde ich einen FrSky R9 MM Empfänger mit ExpressLRS Firmware bespielen. Hier benötige ich wieder einen Bootloader von der ExpressLRS Seite, den ich auf die SD Karte kopiere. Das weiße Kabel ist an den AirSport angelötet und so kann ich den Servo Kabel in den AirSport Anschluss von der QX7 Funke stecken. Gehe im Menü auf die SD Karte und spiele den Bootloader auf den Empfänger auf. Genauso kann man das mit dem aktuellen FrSky R9 MM Empfänger machen. Wer eine Funke wie RadioMaster hat ohne ein AirSport, der kann hinten über das Modul Schacht das Update aufspielen. Hierzu muss man das Servo Kabel etwas modifizieren, sodass es unten das weiße Kabel hat, gefolgt von Schwarz und Rot. Und das Kabel wird in die unteren Pins im Modul Schacht eingesteckt mit dem weißen Kabel ganz nach unten. Bei der Firmware aufspielen verwendet man hier dann den externen Port. Das AirSport Kabel wird entfernt und 2 Kabel werden an Kanal 2 und 3 Pin angelötet für den TX und RX Signal. ExpressLRS nutzt also 4 Kabel am Empfänger. So braucht man am Flugcontroller eine freie serielle Schnittstelle. Wie hier an meinem F4 FC verwende ich die UART3. Nun kann ich bei dem ExpressLRS Konfigurator die Firmware für den FrSky R9M Empfänger auswählen. Hier verwende ich die gleiche Einstellung wie bei dem R9M Sender Modul. Der Flugcontroller wird per USB am PC angeschlossen. Ich kann hier die USB Schnittstelle zum Flugcontroller nun auswählen und direkt die Firmware auf den Empfänger übertragen. Also muss ich nie wieder den Empfänger auslöten, wenn ich eine neue Firmware aktualisieren möchte. Schalte ich jetzt die Funka an, so bekomme ich sofort eine Verbindung zu dem Empfänger ohne extra koppeln zu müssen, da ich eine Bind Phraser hier bei der Firmware eingestellt habe. RSI Signal vom Empfänger ist da und ich kann meine alte FrSky R9M sehr gute Hardware nutzen besser denn je mit dem besten Empfang für Long Range. Also viel Spass beim Fliegen. Bis zum nächsten Mal. So Bis zum nächsten Mal.